Leonardo da Vinci 1452 bis 1519 Es ist ihr Lächeln, das seit mehr als 500 Jahren die Menschen fasziniert. Das Lächeln der Mona Lisa. Jedes Jahr strömen Millionen von Menschen in den Pariser Louvre, um einen kurzen Blick auf das Kunstwerk zu erhaschen, das den italienischen Maler Leonardo da Vinci so berühmt gemacht hat. Hinter dickem Panzerglas, vor Diebstahl und Anschlägen geschützt, lächelt sie hultvoll auf das staunende Volk. Mona Lisa. Das Kunstwerk, dem auch der Meister selbst hoffnungslos verfallen war. Um die Entstehung dieses Gemäldes ranken sich vielfältige Geschichten. Eine Auftragsarbeit für den florentinischen Patrizia Zanobi del Giocondo munkeln die einen. Ein Selbstbildnis Leonardos, das möglicherweise auf latent vorhandene homoerotische Fantasien schließen lässt, vermuten die anderen. Wer sie wirklich war, oder was da Vinci mit diesem Bild ausdrücken wollte, wird wohl ewig sein Geheimnis bleiben. Geboren wird Leonardo am 15. April 1452 im kleinen Dorf Vinci bei Empoli in der Toskana. Seine Eltern sind der erfolgreiche florentinische Rechtsanwalt Piero da Vinci und Katharina, ein einfaches Bauernmädchen. Da Leonardo unehelich zur Welt kommt, bleibt er zunächst bei der Mutter in Vinci. Erst mit fünf Jahren kommt er zu seinem Vater nach Florenz, der sich von nun an um die Erziehung seines Sprösslings kümmert. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Leonardo eine Schule besucht. Da Mitte des 15. Jahrhunderts in Italien aber keine Schulpflicht herrschte, ist davon auszugehen, dass er nur unregelmäßig am Unterricht teilnimmt. Aufgrund seiner auffallenden Schönheit und seines anmutigen Wesens ist der kleine Leonardo in den Gassen von Florenz sehr beliebt. Die Leute erfreuen sich an dem blond gelockten Knaben, der stets frohen Mutes durch die Straßen zieht. Mit 15 Jahren schickt ihn sein Vater, der das musisch-künstlerische Talent des Sohnes schon seit einiger Zeit mit großem Wohlwollen beobachtet, in die Werkstatt des berühmten Malers und Bildhauers Andrea del Verrocchio. Dort wird Leonardo in den kommenden fünf Jahren zum Künstler ausgebildet. 1472, also mit 20 Jahren, wird er Mitglied der Florentinischen Malergilde. Das ermöglicht ihm als freischaffender Künstler, Auftragsarbeiten anzufertigen. Wir sind Zeugen, wie die Vorsehung gewissem Menschen im Übermaß mit den wertvollsten Gaben wie Schönheit, Grazie und Talent beschenkt, schreibt ein italienischer Geschichtsschreiber über den jungen Leonardo jener Tage. Eigenschaften in solch vollendeter Form, die nur Gott allein zu geben vermag und die der Mensch durch sein Handeln niemals erwerben könnte. Leonardo da Vinci war ein ausgesprochen schöner Mann, der in allem, was er tat, unendlich viel Grazie zeigte. Sein Talent war so unermesslich groß, dass er jedes sich ihm stellende Problem ohne größere Anstrengung löste. Große Kraft und Geschicklichkeit vereinten sich in seiner Person. Neben der Bildhauerei und Malerei hatte Leonardo während seiner Lehrjahre bei Verrocchio auch tiefe Einblicke in die Naturwissenschaft erlangt. Außer vom Meister selbst lernt er in seiner Lehrzeit auch von Gesprächen zwischen den bedeutendsten Gelehrten der Stadt, die bei Verrocchio regelmäßig ein- und ausgehen. 1482 verlässt Leonardo Florenz und geht nach Mailand, an den Fürstenhof der Sforza, wo er sich als Brückenbauer, Festungsbrecher, Seekriegsingenieur, Konstrukteur von gefährlichen Geschützen, Schleudern und Kampfwagen, als er Bauer von Wasserleitungen und ganz allgemein als Architekt beworben hatte. Nur nebenbei erwähnt er in der Bewerbung, dass er auch Maler, Bildhauer und Erzgießer sei. Warum Leonardo vor allem seine Kenntnisse im Ingenieurwesen hervorhebt, hängt mit der damaligen Zeit zusammen. Ganz Oberitalien befindet sich in jenen Tagen im Kriegszustand, weshalb die Fürsten und Herren des Landes wenig Sinn für die schönen Künste haben, sie fordern Waffen und Kanonen. Dennoch betätigt sich Da Vinci in Mailand zunächst als Organisator von Festen, macht Musik, verfasst Gedichte und entwirft Bühnenbilder für Ballett- und Theateraufführungen. 1488 beginnt er mit seinem berühmten Fresco das letzte Abendmahl, das die Decke des Speisesaales im Kloster Santa Maria delle Grazie schmücken soll. Doch die Arbeiten gehen nur schleppend voran. Über Monate hinweg tut sich nichts. Der Prior des Klosters wird ungeduldig. Er beschwert sich bei Ludovico Il Moro, der das Gemälde in Auftrag gegeben und dem Künstler einen beträchtlichen Vorschuss gezahlt hat. Il Moro ist empört über die Langsamkeit Da Vincis und zitiert ihn umgehend zu sich. Stimmt es, dass ihr schon seit längerer Zeit nicht mehr im Kloster erschienen seid und das Gemälde unvollendet zurückgelassen habt, herrscht er den Künstler an. Dieser bleibt indes ganz ruhig und bestätigt die Aussagen des Priors. Freimütig gibt er zu, dass er seit Monaten keinen Pinselstrich mehr am Fresco gemacht hat. Auf die Frage, wieso er seine Arbeit nicht zu Ende bringe, erklärt er, »Ich habe bereits die Porträts von elf Aposteln skizziert. Nun fehlt mir nur noch ein Modell für Judas. Jeden Tag spaziere ich deshalb durch Mailand und versuche, einen Mann zu finden, der das Antlitz eines Verräters hat. Doch der Einzige, der bisher dafür in Frage kommt, ist der Prior des Klosters. Diesen will ich aber nicht fragen, ob er sich als Judas-Modell zur Verfügung stellt.« Il Moro ist schockiert und amüsiert zugleich. Diesem Argument des Künstlers hat er nichts zu entgegnen. Als er dem Prior von seiner Unterredung mit Da Vinci berichtet, ist dieser so entsetzt, dass er Il Moro verspricht, sich künftig nicht mehr in die künstlerischen Angelegenheiten einzumischen und Leonardo da Vinci den Speisesaal so lange zu überlassen, bis er seine Arbeit vollendet hat. Hauptsache niemand erfährt davon, dass der berühmte Künstler ihn, den Prior des Klosters, für ein geeignetes Judas-Vorbild hält. Zehn Jahre müssen sich Auftraggeber und Klostervorsteher gedulden, bis Leonardo da Vinci sein Werk endlich vollbracht hat. Eines der bedeutendsten Kunstwerke der italienischen Freskenmalerei ist geboren. Doch was dann geschieht, ist aus heutiger Sicht eine Katastrophe. Sorglos gehen die Mönche in den kommenden Jahrzehnten mit diesem wertvollen Schatz der Kunstgeschichte um. Bereits einige Jahre nach der Vollendung wird ein Durchgang zwischen Küche und Speisesaal gemeißelt, dem der untere Teil des Gemäldes zum Opfer fällt. Durch die Dämpfe, die von nun an aus der Küche strömen, blättert allmählich die Farbe von den Wänden. Zwei Jahrhunderte später verwandeln Napoleons Soldaten bei der Besetzung Italiens den Speisesaal in einen Pferdestall und schlussendlich zerstört eine Bombe im Zweiten Weltkrieg einen Großteil des bis dahin noch erhaltenen Bildes. Sein Hauptaugenmerk richtet Leonardo da Vinci aber nicht auf die bildenden Künste, sondern auf die Naturwissenschaften. Über zehntausend Blätter mit Aufzeichnungen entstehen im Laufe seines Schaffens, die tiefe Einblicke in das Denken des großen Meisters geben. Vor allem der Wunsch zu fliegen hat es ihm angetan. Akribisch genau untersucht er deshalb die Flügelbeschaffenheit von Fledermäusen und Vögeln, die Wölbung der Schwingen, die Dichte und Anordnung der Federn und die Anzahl der Schläge innerhalb einer bestimmten Zeitspanne. Nachts schließt er sich in seine Werkstatt ein, um über die Möglichkeiten des menschlichen Fliegens zu sinnieren. Unzählige Skizzen und Modelle von Flugapparaten entstehen. Dabei bezieht da Vinci in seine Überlegungen nicht nur Materialien und Technologien ein, die zu dieser Zeit bekannt sind, er zieht bereits Möglichkeiten in Erwägung, die erst 400 Jahre später tatsächlich umgesetzt werden. Bei seinen Aufzeichnungen geht Leonardo da Vinci stets sehr präzise vor, wie beispielsweise bei folgender Beschreibung eines Fallschirms. Würde ein Mann ein Zelt aus engmaschigem Leinen von zwölf mal zwölf Faden bauen, so könnte er sich damit gefahrlos von einer beträchtlichen Höhe in die Tiefe stürzen. Tatsächlich findet der erste nachgewiesene Fallschirmsprung eines Menschen erst im Jahre 1783 statt. Da Vinci ist sich völlig darüber im Klaren, dass er bei seinen Zeitgenossen auf wenig Verständnis stoßen würde, gelangten seine Überlegungen in die Öffentlichkeit. Alle seine schriftlichen Aufzeichnungen verfasst er deshalb in einer kaum leserlichen Spiegelschrift, um sie vor neugierigen Augen zu schützen. Es ist kaum möglich, alles zu benennen, was Leonardo da Vinci während seines Lebens betrieben und erforscht hat. Neben dem Wunsch zu fliegen, interessiert ihn in besonderem Maße der menschliche Körper. Er will wissen, wie der Mensch gebaut ist, wie seine Gliedmaßen, Muskeln und Gelenke funktionieren. Er untersucht, seziert, experimentiert und zeichnet auf, was er entdeckt. Er gießt heißes Wachs in Körperhöhlen von Leichen, um deren Form feststellen zu können. Er entdeckt die Krümmung der Wirbelsäule und zeichnet als erster den menschlichen Fötus im Mutterleib in der richtigen Lage. Darüber hinaus revolutioniert er auch die Malerei. Er erfindet das sogenannte Sfumato, eine weiche Malerei, bei der Ton in Ton gearbeitet wird, die jede harte Kontur auflöst und die Körper wie aus Licht modelliert. Zusätzlich entdeckt er bei seinen Forschungen die Hebelgesetze, das Parallelogramm der Kräfte, die Abhängigkeit der Reibung von Druck und Oberflächenstruktur und entwirft das Turbinenrad, das bis heute zum Einsatz kommt. Von seinen Selbstdarstellungen wissen wir, dass er einen eigentümlichen, zurückhaltenden und tiefgründigen Charakter hatte. Als reicher, doch völlig selbstloser Mensch zeigt er sich seinen Freunden gegenüber äußerst großzügig. Diese Freunde sind es auch, die ihn als leidenschaftlichen Menschen beschreiben, der von einer unersättlichen Neugierde stets dazu getrieben wird, Neues zu entdecken und zu erforschen. Besonders bemerkenswert ist, dass Leonardo da Vinci als strenger Vegetarier lebt und Fleisch verabscheut. In der damaligen Zeit eigentlich undenkbar. Denn die Möglichkeit, Fleisch essen zu können, ist der Oberschicht vorbehalten, die dieses Privileg in der Regel auch ausgiebig genießt. Da Leonardo das Töten von Tieren jedoch als ungerecht empfindet, verweigert er sich diesem Privileg. Es wird sogar berichtet, dass er auf dem Markt Tiere kaufte, um ihnen anschließend die Freiheit zu schenken. Im Winter 1499 muss er Mailand verlassen. Die Franzosen sind in Italien einmarschiert, ziehen brandschatzend durch die Lombardei und belagern Mailand. Über Mantua und Venedig kehrt Leonardo nach Florenz zurück, wo er bis 1506 bleibt. Während dieser Zeit dient er Cesare Borgia als Generalingenieur und malt das Bild der Mona Lisa. Wie schon erwähnt, ist bis heute ungeklärt, wen das Gemälde darstellt. Der Überlieferung zufolge ist Da Vinci selbst von diesem Werk wie besessen. Um das Original nicht verkaufen zu müssen, fertigt er schließlich eine Kopie an, die er dem französischen König Franz I. für die gigantische Summe von 4000 Goldflorinen, das entspricht heute gut einer halben Million Euro, verkauft. Dieses Bild ist es auch, das nach vielen verschiedenen Besitzern, unter anderem hing es im Schlafzimmer Napoleons, heute im Louvre besichtigt werden kann. 1506 kehrt Da Vinci auf Einladung der Franzosen nach Mailand zurück. Er kann seine alten Gemächer wieder beziehen, wo er die zurückgelassenen Unterlagen unversehrt vorfindet. Voller Tatendrang und Esprit macht er sich umgehend an neue Forschungsarbeiten. 1513 wird er von Papst Leo X. nach Rom berufen, wo er die Trockenlegung der pontinischen Sümpfe planen soll. Doch es hält ihn nicht lange im Kirchenstaat. Raphael und Michelangelo sind die Lieblinge des Klerus, weshalb sich in Rom alles um diese beiden Künstler scharrt. Da Vinci ist in seiner Ehre und seinem Stolz gekränkt. Zwar erkennt er die Arbeiten der beiden anderen Künstler an, das Aufsehen, das sie erregen, kann er jedoch in keiner Weise nachvollziehen. Dankend nimmt er deshalb die Einladung, Franz des Ersten, an und zieht nach Frankreich. Zusammen mit einem Kreis eifriger Schüler lebt er von nun an auf dem kleinen Schloss Clou bei Amboise. Einige Arbeiten, die im Laufe der Jahrzehnte nur teilweise fertiggestellt wurden, sollen hier vollendet werden. Doch bereits kurz nach seinem Umzug nach Frankreich wird Da Vinci von immer wiederkehrenden Lähmungserscheinungen in den Händen gequält. Selbst kann er seine Werke deshalb nicht zu Ende bringen. Er resigniert und notiert in seinem Tagebuch »Ich habe meine Zeit vergeudet«. Im Frühjahr 1519 stirbt Leonardo Da Vinci. Obwohl er in seinem Leben unendlich viel geschaffen hat und eine Vielzahl von Aufzeichnungen in den darauf folgenden Jahrhunderten für Kunstgeschichte, Medizin, Zoologie und Luftfahrt von unschätzbarem Wert sind, fühlt sich der Meister selbst gescheitert. Sein größter Traum, das Fliegen, ist nicht in Erfüllung gegangen. In der Kirche Saint-Florentin in Amboise wird Da Vinci bestattet. Das Grabmal wird während der Französischen Revolution zerstört. Doch sein Wissen ist bis heute erhalten. Wie kein anderer Künstler verkörpert Leonardo Da Vinci mit seinem Schaffen die ideale Verbindung von Forschung und Gestaltung, Wissenschaft und Kunst, von Wirklichkeit und Fantasie. Leonardo Da Vinci 1452 bis 1519 Es ist ihr Lächeln, das seit mehr als 500 Jahren die Menschen fasziniert. Das Lächeln der Mona Lisa. Jedes Jahr strömen Millionen von Menschen in den Pariser Louvre, um einen kurzen Blick auf das Kunstwerk zu erhaschen, das den italienischen Maler Leonardos in Italien aber keine Schulpflicht herrschte, ist davon auszugehen, dass er nur unregelmäßig am Unterricht teilnimmt. Aufgrund seiner auffallenden Schönheit und seines anmutigen Wesens ist der kleine Leonardo in den Gassen von Florenz sehr beliebt. Die Leute erfreuen sich an dem blond gelockten Knaben, der stets frohen Mutes durch die Straßen zieht. Mit 15 Jahren schickt ihn sein Vater, der das Muda Vinci so berühmt gemacht hat. Hinter dickem Panzerglas, vor Diebstahl und Anschlägen geschützt, lächelt sie hultvoll auf das staunende Volk. Mona Lisa. Das Kunstwerk, dem auch der Meister selbst hoffnungslos verfallen war. Um die Entstehung dieses Gemäldes ranken sich vielfältige Geschichten. Eine Auftragsarbeit für den florentinischen Patrizia Zanobi del Giocondo munkeln die einen. Ein Selbstbildnis Leonardos, das möglicherweise auf latent vorhandene homoerotische Fantasien schließen lässt, vermuten die anderen. Wer sie wirklich war oder was da Vinci mit diesem Bild ausdrücken wollte, wird wohl ewig sein Geheimnis bleiben. Geboren wird Leonardo am 15. April 1452. im kleinen Dorf Vinci bei Empoli in der Toskana. Seine Eltern sind der erfolgreiche florentinische Rechtsanwalt Piero da Vinci und Katharina, ein einfaches Bauernmädchen. Da Leonardo unehelich zur Welt kommt, bleibt er zunächst bei der Mutter in Vinci. Erst mit fünf Jahren kommt er zu seinem Vater nach Florenz, der sich von nun an um die Erziehung seines Sprösslings kümmert. Mit großer Wahrscheinlichkeit hat Leonardo eine Schule besucht. Da Mitte des 15. Jahrhunderts